Wie geht es dir heute? Ich muss zugeben, ich bin schon sehr nervös. Ich trete mein erstes Totorum das Ganze und ja, ich habe mich viel darauf vorbereitet und bin schon extra pünktlich schon vor 11 Uhr da. Was hältst du von der akademischen Viertelstunde? Die ist doch total veraltet oder? Die ist doch längst abgeschafft worden. Das ist schon geil, weil ich komme meistens ins Sport und dann bin ich immer pünktlich. Meistens bin ich dann noch in der U-Bahn und komme trotzdem fünf Minuten später auf die Uni. Es ist praktisch, aber ein bisschen unnötig, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich bringe die Zeit, um zwischen den Gebäuden hin und her zu gehen, aber auch mit Studienkollegen zu socialisen. Vor allem hier am Campus von der TU ist sie schon sehr sinnvoll und ich gehe meistens zwischen unseren Gebäuden hin und her. Meistens Kaffee trinken oder schlafen. Nee. 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 Hast du noch das Totorum? Nein, nein. Kommt den vorher. Ah ok. Trocknet fucking schneller, ich komme zu spät zu meinem Totorum. Und dann habe ich den Totorum. Und dann habe ich den Totorum. Mann. Wieso künkt mir keiner? Wo sind die ganzen Leib? Wieso mache ich das ganze immer noch? Off-screengel. Jusper. Ein Antler. Das ist alles. Das ist alles. Ich schaue. Aber ich muss mich auch aus der Ruhe zu verabschieden.